Hallo meine lieben Freunde, muha, dies ist ein absolut sinnloses Vlog, wenn man es so nennen möchte. Es geht nur um eine Sache, da in diesen Einstellungen beim Hochladen stattdun, dass man das 3D machen kann, das Video und so weiter. Das bedeutet, das werde ich jetzt auch tun. Hey, dann bin ich 3D, Leute, ich bin 3D, muha, ich komme jetzt aus dem Bildschirm herausgekrochen und dann werde ich eure ganze Hardware klauen. Boah, naja, aber mal im Ernst, das ist doch bestimmt wieder genauso ein seltsamer Software-Flop wie dieses seltsame, wie hieß das nochmal? Äh, ich hab den Namen vergessen, aber die haben doch mal irgend so ein Übersetzungs-Untertitel-Tool dort gehabt, irgendwie. Das hat sich ja auch nicht lange gehalten, weil es nicht funktioniert hat. Das sollte wohl irgendwie die Sprache erkennen und dann dazu den Untertitel darunter schreiben. Allerdings hab ich das niemals probieren können, weil es war so schnell wieder weg oder es gab es nicht in Deutschland nur für Engländer oder Amerikaner oder so. Aber ist ja auch egal, jedenfalls. Das kann doch gar nicht funktionieren oder so. Ich meine, wie wollen die mich denn jetzt sicher 3D machen? Gut, die können das machen, dass man das mit so einer ulkigen Brille hier irgendwie auch sehen kann. Aber ich meine, das wird doch dann immer noch platt sein oder so. Ich meine, ich hab nur eine Kamera. Ich glaube nicht, dass YouTube weiß, wo ich gerade wirklich bin. Ich meine, YouTube kann mich doch bei diesem Grieß wahrscheinlich nicht mal von einer weißen Mauer oder so unterscheiden, die in 20 Meter Entfernung steht. Weiß der Geier, was dabei rauskommen wird. Eigentlich bereite ich mich gerade nur darauf vor, gleich bei diesem lustigen Cold Mirror Netmob-Ding mitzumachen. Ich weiß nicht, es ist 5 Tage alt, das Video, als ich es bei mir in den Subtiteln gefunden habe. Also in diesem Subscriber-etwas. Und jedenfalls, wahrscheinlich ist der Einsendeschluss schon abgelaufen. Aber wen kümmert sich, wird einfach mal ein Video voll rülpsen. Und als ich das vorhin beim ersten Versuch gemacht habe, musste ich feststellen, dass es kleiner als 2 Minuten sein muss. Das hätte mir ja manchmal sagen können, wusste ich nicht. Auf jeden Fall, dadurch, dass es jetzt so lang ist, ist es halt zu lang. Und deswegen muss ich jetzt einen Moment warten, denn wenn ich mir gleich ein Bier reinkippe, dann kommen nur noch Schaumiger rülpser, weil mein Magen auch voll ist. Wie auch immer, ich bin 3D-Mur. Mal im Ernst, jetzt, das wird sicher nicht funktionieren. Das sieht jetzt bestimmt total bekloppt aus. Ein ganz süßes Nose, der hier so rumschwebt. Äh, stopp. Geht.